hallo leute herzlich willkommen zum neuen video auf unserem kanal heute möchte ich euch mal ein bisschen was über das bmx erzählen ich habe mir das bmx 2017 gekauft das hat mich da ca 300 euro gekostet und es ist ein einsteiger bmx weil es hier ja auch eine bremse hat das bmx reichen sich nach meiner erfahrung her gut für den bmx park oder halt auch für kleinere springe ohne landung die man auch richtig schön springen kann auf dem bmx kann auf jeden fall gut die grundbasics lernen jetzt möchte ich euch noch ein paar clips von mir zeigen das waren ein paar basic tricks für anfänger ihr könnt gerne liken und abonnieren falls es noch nicht geschehen ist bis bald